hallo und willkommen bei hertha geg freunde ja es ist jetzt schon frühen sonntag abend und da kommen auf einmal nachrichten rein und ich dachte mir mensch da musste mir machen erst mal trinken ja ein döschen aufmachen und was geht es denn um was geht es denn hier im video hardcore themen einmal das wichtigste christian fjell wird so wie es aussieht trainer von unserer hertha werden da muss man natürlich noch was sagen freunde und dann ja was richtig geil ist aichi kommt zurück der eitschberger kriegt ein vertrag bis 2027 wird verlängert ja vom halleschen fc kommt er wieder weil nun alleine ja und dann ein paar infos zur mv die mitgliederversammlung war ja heute gewesen ich fange einfach mal mit aichi an ja das finde ich total sympathisch die geschichte total geil ja ich bin mal wieder auf dem desktop oder wilks und schau mal hier bei transfermarkt rein ja unser eitschberger ja also es vielleicht kennt der ein oder andere die nicht so richtig der hat ja noch nicht nice performen können bei den profis ich glaube nur einmal ja ein kurzer das i don't know jedenfalls ist ja ein richtig guter rechtsverteidiger geworden beim halleschen fc 182 groß ja ist jetzt auch deutschland u21 spieler nationalspieler ich weiß nicht ob es bei dem halleschen geworden ist aber dazu gratulation und er hat dort richtig geil performt also erst da richtig gut angekommen hat 31 spiele gemacht ja und ein törchen gemacht drei vorlagen kam zu richtig langer spielzeit und ja 400.000 ist momentan sein marktwert also noch recht soft aber er musste sich auch erst noch mal zeigen jetzt kriegt er seine spielminuten und gerade rechtsverteidiger ist wichtig aber wir wissen ja nicht was mit kenny ist und so und ja kann schon sein dass der abgeht und weg geht und hat er verlässt und ja und da haben wir natürlich mit dem aichi einen richtig guten spieler wieder zugewonnen also willkommen zurück eitschberger julian ja freut mich sehr dass er da ist ich meine man hat schon vorher gesehen irgendwo in der presse war das schon lange thema und da war es eigentlich nur eine freie der zeit aber jetzt wurde es verkündet auf der mv richtig nice gewesen ich glaube per leinwand ich war nicht vor ort vorhin nein ich hatte leider termine ich wollte hin aber gegen nicht ja es ging leider nicht und wo ich schon mal beim thema mv bin reden wir mal einfach drüber so die wichtigsten punkte die reißig mal an ja und natürlich war die frage triple seven im raum ja drescher hat gleich am anfang gesagt dass wir uns von triple seven nicht hetzen lassen wir uns standpunkt haben und da nicht weiter reinreden lassen also auch diesen kai bernstein weg ja wird weiter gegangen auf jeden fall braucht keiner angst haben ja dann war wichtiges thema bei der mv neuer hauptsponsor kommt ja also crazy buzzer ist nicht mehr sponsor also wir haben nicht mehr diesen punkt auf dem shirt nächste saison eine ein berliner unternehmen ist kurz davor zuzuschlagen man ist im verhandlung da habe ich gespannt was passiert dann gab es natürlich die vorstellung von eitschberger ja ich glaube das war wieder zecke gewesen der ich glaube nicht das war zecke ja der verkündet ja immer sowas und ich glaube eitschi wurde in seinem bericht ja konsolidierung dauert noch zwei bis drei jahre freunde also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden wir haben ja 70 millionen reduzieren können ja personalkosten und wären 23 24 saison also jetzt voraussichtlich mit 24,8 millionen miesen also verlust abschneiden aber wenn man überlegt wo wir vorher waren ist das eigentlich noch zwar auch viel aber nicht mehr so viel und wir müssen uns darauf einstellen dass nächstes jahr wir natürlich weniger geld kriegen ja tv gelder und die transfer einnahmen werden auch geringer werden ja also da muss man halt sehen und es dauert noch zwei bis drei jahre und dann sind wir wahrscheinlich aus dem gröbsten raus ja dann natürlich auch wie eingangs erwähnt kam vom publikum vom fan die angst was ist denn jetzt wenn triple seven abkackt ja also wenn die richtig abschmieren so wie es im mediag geschrieben wird was ist denn mit unseren quasi ja wie soll man sagen anteilen oh gedanke danke anteilen ja die anteile die ja triple seven hat diese ja damals abgekauft haben vom windhorst und werden jetzt verschleudert auf dem markt ja an irgend so einem billigen ja für wenig geld und nein damit ihr das auch wisst ja also wir haben erstmal das vorkaufsrecht und ein vetorecht sowieso also da passiert gar nichts ohne uns ja ohne uns hertha und wir können als erstes quasi das zeug dann noch zurückkaufen wenn man das irgendwie einführen könnte also wir sind abgesichert braucht man keine angst haben und wir haben auch schon das geld gekriegt von triple seven ich meine ein bisschen steht noch aus aber ja da stehen wir eigentlich relativ sicher da bei dem was alles geschrieben wird ja ich habe auch schon viel berichtet über triple seven ist ja immer ein geiles thema aber da braucht man jetzt nicht gleich die u-hose zu ja dann ja weber und aufsichtsrat torsten jörn klein ja waren sich alle einig dass wir aufsteigen juhu ja also wir müssen schon aufsteigen und wollen aufsteigen und geben alles dafür immer wieder thema gewesen dann waren 1688 anwesende mitglieder eine ganze menge gut besucht und es sind ja auch dann im november soweit ich weiß neu wahlen fürs präsidenten und drescher meinte er stellt sich auch wieder zur verfügung er stellt sich auf also er will auch weiterhin dann präsident bleiben es ist ja nur interims wenn man so will also aber erst jetzt verkündet ja und eine aus dem präsidium die anne jünger mann falls jemand die kennt die scheidet aus durch aus familien gründen dann wurde noch darf man natürlich nicht vergessen ausführlich auch der verstorbene präsident kai bernstein geehrt ja mitglied des jahres glaube ich soweit es weiß seine frau und die mama die haben dann irgendwie diese ehrung entgegengenommen und dann trommender beifall gewesen alle aufgestanden ist ja klar ja kai bernstein ja ich habe mich übrigens dazu entschlossen die binde weiter zu tragen weil ich finde es ist wichtig dass wirklich keiner gerade in diesen zeiten kai vergisst und ich denke mir so mit meinem kleinen youtube kram und so kann ich vielleicht den ein oder anderen immer noch so ein bisschen daran erinnern ja was 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 kai für ein geiler typ war und leider nicht mehr unter uns ist aber nö ich mache das einfach ich mache das einfach weiter so ja das war eigentlich so in der schnelle das was bei der mv so los war ja und jetzt gehen wir mal zum hauptthema freunde der nacht also ich weiß nicht ob ich mich freuen soll also ehrlich gesagt christian fjell wird wahrscheinlich trainer es sieht alles aus als ob er nächste woche bestätigt wird in seinem traineramt bei harter bsc es hat mal wieder ein vögelchen gezwitschert ja mal wieder schön hier flurfunk herter bc ja und warum warum denkt man jetzt dass der typ kommt also der herr fjell weil er selbst mit seiner frau ist ja im urlaub in griechenland es wird geschrieben und sein anwalt ist in berlin um die letzten vertraglichen dinge zu klären so heißt es hört sich schon ziemlich sicher an war ich weiß nicht freunde also ich muss dazu gleich noch mal ja und könnte quasi dann schon nächste woche beginnen ja er würde dann co-trainer jerome pollens 37 war schon mal bei hertha zwischen 2021 und 23 mitbringen ja der gute 37 wäre dann der co-trainer und was mir jetzt zum beispiel auch schon mal bitter aufstößt ja er hat ja noch einen vertrag bei nunberg und da müsste ihn rauskaufen es wird von einer summe von 500.000 euro gesprochen glaube ich wieder geld mit parl hätte man umsonst also ich verstehe das einfach nicht warum christian fjell also bei nürnberg will man davon nicht ganz so viel wissen ja da will man sich auch nicht in die karten schauen lassen und so weiter also nürnberg hat dazu noch gar nichts gesagt und wirken auch ein bisschen ange ja und dann wurde auch auf der mv weber angesprochen und oder wartet drescher ne ich glaube drescher und er wollte zum fjell noch keine stellung nehmen aber was wirklich fakt ist dass er ein guter kumpel von zecke ist ja sehr gut verstehen sich schon fjell sollte glaube ich auch schon thema letztes also diese saison also vor dieser saison gewesen sein vielleicht ging es dann irgendwie nicht weil er schon bei nürnberg irgendwie zugesagt hatte oder als fix war und vielleicht ist deswegen auch nur pal eingesprungen und hat jetzt auch so nach mir ja die weil es alles schon so fix und wir wissen es alle nicht aber ich weiß nicht und naja jedenfalls ist secke guter freund und ja sieht so aus als ob er das auch somit eingefädelt hat ja ich will noch mal ganz kurz rüber in die matrix ja und noch mal zu fjell ich hatte ja gesagt dass sieben trainer das war das video übrigens was ich gestern abgelegt habe in meinem kanal kann man gerne mal angucken sieben trainer fjell bsc oder kandidaten mögliche und dabei fjell natürlich auch mit bei bei er war auch einer der namen einer der ersten mit dem stamm von freiburg der genannt wurde ja und allein sein pps wert wir haben ja darüber gesprochen liegt bei 1,18 also 1,18 punkte schnitt pro spiel ja und 34 spiele 40 punkte in der saison bei nürnberg und ja freunde aber wenn man jetzt mal überlegt ich finde das gar nicht so reizvoll ist für mich jetzt irgendwie kein aushängeschild dafür dass man den guten mann unbedingt als trainer verpflichten muss denn wenn man mal sieht ja paul dadai habe ich natürlich auch mal aufgeschlagen ja unser guter paul auch finanzielle spiele hat einen wert von 1,41 also besser ja besser der hat mehr gerissen unser paul in der saison als der fjell bei nürnberg ja also ich weiß es nicht ob ich mich weiß ich nicht ich kann dazu noch nichts zu sagen es ist jetzt auch irgendwie alles noch so fresh ja und vielleicht kommt er wirklich doch nicht aber es sieht wirklich alles danach aus freunde dass christian viel trainer ist und ich habe es dann doch im gefühl dass nächste woche dann irgendwie das dann anfang der woche oder so bestätigt wird von hertha bsc ja weil es muss jetzt kommen ich dachte schon dass in der mv das schon gesagt wird aber war und noch nicht aber jetzt weiß natürlich wieder die presse mehr weil wieder irgend so ein vögelchen zwitschert bei hertha was ja generell immer ist und zu 90 oder 95 prozent stimmt es ja auch immer also leute sieht so aus als ob wir neuen trainer hätten weg muss dann noch drüber nachdenken ich will es nicht ich weiß ich nicht finde ich erstmal komisches gefühl gut dann könnt ihr ja auch mal ruhig in die kommis schreiben wie ihr das findet ob ihr christian fjell als als cool trainer seht fährt der bsc und oder auch nicht oder wenn ihr vorschlagen würdet und so weiter also keine ahnung wenn er bestätigt wird dann habe ich wahrscheinlich noch mal ein video raus dann kann man noch mal ins eingemachte gehen aber warten wir ab aber nächste woche denke ich wissen wir mehr in diesem sinne ja wie immer eine frisch bleiben und ich kürze es jetzt alles jetzt mal ab und und fair vor allem ja fair play be fresh und ich bin so ein clown nee und ja bis zum nächsten video tschö